servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und es ist samstag das bedeutet wir haben mal wieder ein vault opening am start jawohl ja insgesamt 7 chars erwarten euch heute in dieser vault opening edition dazu ein neuer char mein shadow priest ist am start und ich würde sagen ohne groß rumzulabern fangen wir auch direkt an mit dem hunter gibt waffe dekanter der anima geladenen winde demit 272 nehmen wir jetzt einfach mal mit weiß nicht wie gut oder schlecht das ding ist aber naja dafür tausche ich diese fiole aus machen wir mal so das trinket behalte ich einfach mal für den falle eines falles muss ich dann noch mal in ruhe durchsimmen aber so gesehen haben wir ein kleines upgrade bekommen dann als nächstes der monk und da muss ich tatsächlich sagen der hat item level ich glaube 253 und der schaden den man da drückt der ist teilweise doch schon beachtlich ja also seitdem ich das vierer set habe geht der ganz schön steil hier auf einer plus 11 oder 12 waren das 13,5 k damage über die gesamte in die mit 253 mit einer grünen waffe etc pp das ist jetzt nicht besonders viel aber für das item level also da weiß ich da tun sich andere klassen deutlich schwerer also die buffs für den mönch haben sich definitiv bemerkbar gemacht dann gucken wir mal was hier schönes drin ist ich würde zum beispiel eine waffe nehmen da in halsreif 265 krit versa gegen haste versa die stats sind ziemlich nice von daher nehmen wir das ding mit würde ich sagen nicht lang schnacken rein in meinen mund können wir uns und noch movement speed drauf das ist auch gar nicht mal so schlecht wäre jetzt natürlich ein item lieber gewesen wo noch beweglichkeit drauf gewesen wäre aber ja man kann nicht alles haben würde ich sagen aber ist okay denke ich ist okay also auch hier ein kleines upgrade zwar klein wie gesagt aber es kommt nicht immer auf die größe an meine freunde damit kommen wir zum paladin der mittlerweile glaube ich mein was ist es denn ich glaube drittbester char vom item level ist ja jetzt nicht brutal gut ich glaube 263 aber dafür dass ich halt einmal die woche einlogge und nichts groß mache ist das schon in ordnung würde ich sagen also mal dran denken hier den ganzen krims krams da einzulösen sammelt sich schon wieder an in der tasche man 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 was kann ich hier gebraucht klappt eine halskette die schulter halskette und irgendwas war noch mist keine ahnung auf jeden fall hier würde ich eine halskette jetzt nehmen das dürfte mir einen guten item level boost geben wenn schaue mir die 265 vielleicht säuresulen bollwerk bisschen schade weil wir schon eins auf 272 haben jetzt gibt es ein 278 ist nichtsdestotrotz 11 int mehr das ist jetzt nicht so schlecht bringt uns auch immerhin auf 264 das ist schon okay ja ist jetzt halt wie gesagt nicht das größte upgrade vom item level her aber nehmen wir natürlich mit also das hätte auch schlechter sein können dementsprechend jetzt schon dritter char drittes upgrade das ist ganz cool da will ich mich nicht beschweren weiter geht's was haben wir als nächstes mein schamane und da habe ich auch nur 15er gelaufen also da bin ich mal sehr gespannt was uns da erwartet ich glaube wenn ich mich da recht insinne was war da alles crap ich glaube die brust da habe ich nur eine 226 an der grüne die ist nicht so gut ja die boots sind nicht so nahes da sag ich mal boots und kopf oder alternativ würde ich mich auch sehr über ein teeteil freuen da habe ich theoretisch noch hier die beiden oder das hier auf dem dufte cash wenn wir auf 260 ballern aber ich habe halt einfach nicht genügend kosmischer flux das heißt wenn jetzt hier nur crap drin ist werde ich die abzeichen für flux mitnehmen und dann habe ich hier zumindest auch schon mal zwei item level mehr auf dem tacho und handschütze damit 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 jetzt ist natürlich aber ich habe kann sagen ich habe nicht genug flux als dass ich mir jetzt hier in leji um um basteln könnte und ich habe auch schon 259 andere handschuhe kommen wir jetzt die abzeichen mit wandelt den helm um und dann haben wir hier zumindest ein bisschen was ich habe jetzt keine lust theoretisch hätte ich überlegt mir mein legendary um zu kraften und dann halten 291 in den anderen slot zu ballern aber dadurch dass mit dafür halt auch der flux fehlt wenn jetzt noch 200 fehlen ich hätte ja dann die die truhe nicht nehmen können ja das wäre ein bisschen blöd gewesen von daher passt schon so vollständigkeit halber da ist der kopf und was mir auch noch eingefallen ist das ist ja hier nicht unity ich könnte hätte das noch auf dem kopf kraften können aber ist jetzt egal das passt schon so wie es ist hat man ein bisschen gold gespart so der krieger und der magier nicht dabei das sind wie immer die beiden chance auf die ich tatsächlich echt am wenigsten bock habe im moment keine ahnung komme ich irgendwie nicht ran gerade schwer zu beschreiben wir sprechen jetzt mein demon hunter tank und da würde ich mich doch sehr freuen ich glaube da habe ich auch noch eine 2 ich dann noch eine schlechte waffe ich meine schon jetzt vor 42 okay schauen wir mal hier vierer set bonus auf jeden fall komplett boots ring die sind nicht so gut und die ringe sind sehr schlecht ja ich sag mal boots oder ringe die letztes sind jetzt auch nicht so der knaller hier die können ich zur not auch noch hoch prügeln wenn ich das wollen würde schauen wir mal gönnen oh oh nice ritual knochenband perfekt das nehmen wir doch mit 272 mit richtig saftig vielseitigkeit da sage ich definitiv nicht nein haste wäre noch geiler gewesen aber nein ich habe das schon einmal schade hat mit hat sockel leider das hätte ich eigentlich lieber behalten aber gut kann man nichts machen soll jetzt noch hier steht hier nicht mehr einer mit dem brontosaurus wenn man ihn braucht so jetzt noch die vz snacken und dann geht es weiter damit sind wir auf dem hexenmeister wo ich tatsächlich auch wieder im plus machen weil mir noch wertung fehlt habe ich letzte woche sage und schreibe 30 wertung dazu bekommen hier auf jeden fall der helm ich brauche unbedingt einen helm das ist das was mich am meisten hier runter zieht die pelm toll schultern damit gut also kein helm für mich mal wieder dann nehmen wir jetzt einfach die abzeichen mit so und dann kaufe ich mir jetzt einfach flugs könnte zwar auf dem sockel sparen aber den flugs kann ich immer mal gebrauchen auch auf anderen charres oder falls ich hier doch irgendwann mal einen kopf bekomme und den dann umwandeln kann von daher das ist jetzt nicht so schlimm und dann zu guter letzt der void sex auch noch am start der hätte natürlich gerne alles eigentlich also mein gier da ist so schlecht das so ziemlich jedes item ein upgrade für mich wäre außer natürlich ist es auf den legendary slots das wäre nicht so cool mal gucken was wir da so bekommen können 2,37 habe ich 2,37 ja wie gesagt da hier noch sehr sehr viel grün ist ich nehme eigentlich alles gönn mir was schönes ich habe eine fünfer irgendwie gemacht oder so und uh das nehme ich doch direkt das ist okay eine waffe immer gern gesehen messer des fleischformers auf jeden fall gibt das einen saftigen int boost 51 int das ist definitiv nicht schlecht nehme ich gerne mit und ach verdammt verdammt jetzt muss ich mir noch truhen kaufen für anima bis ich nur offhand bekomme aber gut das ist jetzt nicht so wild denn letzten endes wenn die auf 2,26 ist es ist auf jeden fall besser als die vorherige waffe waffe von daher alles gut in diesem sinne sind wir dann auch so ziemlich durch äh jetzt 3 Chars haben oder 2 Chars über 2,70 deutlich über 2,70 dann jetzt mit dem Charmy hat der dritte die 2,60 geknackt das ist in ordnung es ist immer noch nicht brutal aber ich sag mal dafür dass ich die Chars allesamt ähm einmal pro woche spiele für 30 Minuten manchmal sogar gar nicht ist das schon okay mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder so oder langsam ernährt sich das Eichhörnchen whatever komm offhand please sehr schön da ist der harmonische Regler und damit sind wir auf 2,39 hier auch nochmal 2 Item Level gemacht und ja für den Rest der Season ist jetzt einfach gucken angesagt was noch was noch so geht ihr gebt doch zurück jetzt ist gut sehr schön und ja ich denke mal bei dem einen oder anderen Char werden wir höchstwahrscheinlich noch ein kleines Upgrade hinlegen können bin ich mir ziemlich sicher damit bedanke ich mich herzlichst bei euch fürs Zusehen könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben ob bei euch was schönes in der Truhe war oder nicht damit danke bis zum nächsten Video habt eine gute Zeit und reingehauen und das geht